yo leute willkommen zurück zu faeria wir spielen sacrifice sollen wir mal die viecher opfern ich finde die starthand ist gar nicht so die verkehrteste wir können schon mal relativ gut damit einen push vorgeben ich habe jetzt nicht darauf geachtet er spielt er zweiter das heißt ich bin leider mal damit dran so jetzt bin ich gespannt was kommt ok ich wollte gerade sagen macht er da also kommt der erste zug ist klar ok dann machen wir das mal so damit wir auch ist eigentlich wurscht damit wir ein bisschen verirriger sammeln können fablos fablos könnte ich machen du pusht doch jetzt nicht mit grün der scheint gerade mit grün pushen zu wollen fablos fablos du dein feuer abend ich weiß gerade nicht was das wird weil ich kenne kein gut also klar es gibt grünen rush decks die waren als das spiel rauskam auch mega op und jeder hat grünen rush gespielt und ich fand es mega zum kotzen weil es mega langweilig war weil im endeffekt hieß nachher nur wer hat später wer hat als erstes den koloss draußen den den golen von taeim oder wie es heißt oder die den 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 die macht draußen der mit 77 vom leben her kostet glaube ich auch genau 7 verirriger grün gelb das könnte interessant werden wenn ich ehrlich bin sooo da würde ich ja mal sagen machen wir das auch so shit wenn er jetzt die blöden windsoldaten hat genauso wie ich dann kann er den dahin spielen kann hierhin den parken kann den sogar hierhin packen und kann hier zwei fablos felder hinsetzen dann hat er direkt neben das wäre hat er dann schon ein ein feld was mega böse wäre so deswegen werde ich da jetzt auch gleich ein gelb feld hinsetzen und dann im nächsten zug wenn er dann noch nicht zugemacht hat werde ich da einmal quer rüber rennen und daneben setzen ich glaube der müsste das müsste er schaffen ja ansturm drei schafft er bis dahin schafft das und dann kann ich hier gelb hinsetzen wenn er da nichts dazwischen beschwört ja ist okay ne ist nicht okay das versaut meine strategie okay so das heißt wir gehen mal hierhin machen das so und benden den zug ich weiß nicht was er vor hat weil er spielt ja auch nichts und er kann mir ja nicht erzählen dass er bis jetzt nur events hat das kann er mir nicht erzählen und im übrigen kann er nicht blockieren dass ich gleich mit der knochensammlerin ähm irgendwo an ihm vorbei ein feld setze also entweder hier hin oder entweder hier hier hin wobei ne hier hin ich setze dann ein grün feld hier hin wobei ich brauche eigentlich gelbfelder äh ich werd ich werd gucken kann auch sein dass ich grün einfach hier hinsetze und mit der knochensammlerin hier hingehe schauen wir mal weil im moment brauche ich die grünen felder ja okay er braucht ewig für seine züge das sieht mir nach einem sacrifice deck aus ja das ist ein sacrifice deck das ist ein mirror match hier aber ein sehr komisches mirror match muss ich ehrlich sagen okay 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 dann springen wir einmal da drauf dann setzen wir doch einmal den blütengeist dann spielen wir einmal den dämonenzüchter dann okay die könnte sogar die ist sogar ziemlich interessant die ist sogar wirklich echt gut für das deck äh den kriege ich auf jeden fall kaputt so dann kann ich kann ich den weg opfern und ich snack mir die jetzt einfach arsch lecken zug beenden habe ich noch nie überlegt stimme des hungers zu spielen weil sie halt auch arsch teuer ist also stimme des hungers ist halt super teuer hat derzeit nur 2 kostet deswegen habe ich es auch gemacht aber man muss sich halt vorstellen eines der bösesten viecher hier im spiel ja du hast die stimme der wahrheit viel zu früh gespielt mönch der uradrum ja ja kannst du machen ist kein problem für mich so ich muss aber hier jetzt abdecken so jetzt bin ich gespannt ok ich muss wie gesagt hier eigentlich zu machen eigentlich aber ich habe ja auch noch andere pläne ne das machen wir nächste runde ach den möchte ich noch nicht spielen deswegen beende ich den zug einfach also mit ihm kann ich mich da hinstellen kann dahin rennen angreifen ist kein problem so echt also er müsste präi präi spielen um mich davor zu blocken ja er hat angst davor dass ich dadurch pushe mit einem viech und das ist eine berechtigte angst so das war aber ein fehler im übrigen die 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 so dann ja schwierig obwohl er kann jetzt genauso gut das machen dementsprechend werde ich Den Unten ziehen Die werde ich hier hinstellen Weil damit gebe ich ihm Einen Grund mehr den hier nicht zu killen Und dann macht er ihm gleich Stress Zumindest ist es so der Plan Ich kann jetzt dahin springen, dahin springen Dahin kann ich gehen, ich blockiere Also ich greife ihm gerade drei Felder an Nämlich die hier oben Ich könnte auch hier unten sogar noch was setzen Aber vor allem das hier ist interessant Wenn ich da ein gelb Feld hinsetze Ist das schon Mega nervig für ihn Deswegen, ich hoffe darauf Dass er dahin springt Den snackt Und ich dann einfach Die dahin sogar ziehen kann Und dann Müsste Ja, dann reicht das mit dem Windsoldaten Von da aus gerannt Ach, da ein Das wäre eine ganz dumme Idee von dir Ja Es war der richtige Zug Aber es war der, den ich erwartet habe Und mir erhofft habe Zack So Das war es mit der Knochensammlerin Und dann wird Setzen wir doch einfach mal Ein Grünfeld hier hin Und beenden diesen Zug Ja Das ist nicht tragisch jetzt Im Normalfall spielt man In einem Sacrifice-Deck Keine Spotter Ja Er muss was dazwischen werfen Damit ich Ihm jetzt gleich nicht Drüber renne Macht dann natürlich genau richtig Also das ist genau der richtige Zug Jetzt was dazwischen zu setzen Das Viech ist komisch Ich verstehe nicht Warum er das jetzt gespielt hat Das habe ich jetzt nicht verstanden Wenn ich ehrlich bin Weil damit hat er mir ein zweites Ziel gegeben Ich möchte den Blütengeister überhaupt nicht angreifen Ja Das ist egal Ah, okay Da kommt der nächste Seelenfresser So Ich werde jetzt einmal das machen Snacken Und Da die Knochensammlerin Hinsetzen So Und dann bende ich den Zug Hier werde ich gleich ein Gelbfeld hinsetzen Da kann ich da nämlich den Mäulchen und den Scheitern Schon mal beschwören Weil die möchte ich nicht vor 10-10 Beschwören Weil ich weiß, dass er die auch Dreimal drin hat Im Deck Und er hat auch schon einiges An Monstern verloren Das ist ein Problem für mich Vor allem, mir fehlen auch gerade Meine Einsiedler Ja, da kommt der Seelenrufer Äh, Seelenfresser Das ist vollkommen in Ordnung Das ist vollkommen in Ordnung Jetzt ist aber auch so die Frage Gehe ich mit der Knochensammlerin hinterher Greif ihn an Oder Ist mir das Verehrer wichtiger Und ich gehe dahin Und greif ihn dann an Was machst du denn jetzt? Okay Okay Ähm Da hin Dann Den Da hin Die da hin Den snacken So Den Dorfältesten Könnte ich hier einsetzen Und dann den Zug beenden Also die beiden kann ich komplett Äh An dem Moment Ich muss erst Den da snacken Und dann Äh Und dann den Einsiedler Wenn er schlau ist Rindt er jetzt mit dem Einsiedler In die Knochensammlerin rein Das war ein komischer Zug Ja Kenn ich Den Zug Ungefähr so der Zug Den ich vorhatte Okay Äh Ist eigentlich bescheuert Den Ähm Den Äh Den zu pushen Zack So Okay Dann Zusätzlich Dazu Werde ich Einmal Hier ein Gelbfeld Hinsetzen Und Den Zug Benden So Die beiden Schalten sich Gegenseitig aus Das ist jetzt schon Klar Außer Er zieht sich damit Jetzt Arschweit zurück Dass ich Da nicht dran Komme Aber im Normalfall Die beiden Schalten sich Jetzt gleich Gegenseitig aus Also ich hab Glaube ich Noch nie Ein mirror Match Mit dem Sacrifice Deck gehabt Noch nicht Einmal Deswegen Finde ich es Gerade Echt Interessant Wie Wie sich das Ganze Entwickelt Das war Ein Fehler Damit Blockiert er Sich gerade Selbst Den Weg Ähm Okay Dann Gelb Feld Hinten Bums Und Und Hahaha Nee Eigentlich Nicht Eigentlich Möchte ich Mit dem Dahin Zug Beenden Jetzt bin Er Frisst die 11 Damage Fast Zu 100% So Ich kann bis Da hin Sogar Laufen Ja ja klar Du rennst Da drauf Ne den Du könntest sogar Sagen Ich greif gar Nicht An Ja klar Mit dem Greifst du An So Aber mit dem Greift er Nicht An Das ist Sogar Noch Klüger So Bete ich Ihn Jetzt Seinen Scheitern Zu Opfern Ja ja Das ist Vollkommen In der Art Ist Glaube ich Sogar Das machen Kann Den Dahin Setzen Den Dahin Ziehen Den Blüten Geist Komm Komm Weg Nicht das Bekommen Was ich Gerne Gehabt Hätte Den Dahin Setzen Den Opfern Den Opfern Boah Das Später Kann Das Richtig Böse Enden Mit Dem Scheiß Zeit Okay Was 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 er Jetzt Machen Wird Denke Ich Mit Ihm Dahin Und Dann Angreifen Feierabend So dann Hab ich Aber Die Möglichkeit Ihm Seinen Zunehmen Dann War's Das Mit dem Scheiß Viech Ja Genau Den Zug Denke Ich Wird Er Machen Also Er Wird Da Mit Sein Scheitern Hingehen Wird Mir Den Seelen Fresser Nehmen Und Dann Ist Es Vorbei So Wenn Er Jetzt Auf Die Schnapsidee Kommt Blüten Geist Blockieren Zu Wollen Funktioniert Nicht Ja Das War Genau Der Zug Den Ich Erwartet Habe Weil Sonst Hätte Ich Ihm Hier Halt Mit Dorf Ältesten Hätte Ich Da Auf Das Feld Nachziehen Können Hätte Ihm Den Blüten Geist genommen Und Dann Wäre Egal gewesen Okay Das Hattest Du Vor Das Ist Eine Sehr Interessante Wahl Es Ist Wirklich Eine Interessante Wahl So Erstmal Gucken Was Wir Sonst Noch So Haben Drei Da Nicht Ich Spiel Das Vergiss Es Der Stirbt Der Ist Aus Dem Weg Endlich Perfekt So Wollte Ich Das Dann Werde Ich Diesen Hier Setzen Werde Ihn Opfern Dann Kriege Ich Zumindest Schon Mal Eine Karte Wieder Perfekt Dann Nehme Ich Ihn Sie Lass Ich Ein Vorgehen Greifen Und Mit Ihm Rutsche Ich Mal Dahin Zug Beenden So Jetzt Bin ich Gespannt Weil Er Kommt Mit Ihm Kommt Da Nicht weit Er Kann Mir Jetzt Hier Unten Einen Weg Nehmen Aber Das Ist Mir Egal Viel Interessanter Ist Dass Ich Ihm Den Jetzt Nehme Den Den Verstehe Ich Nicht Also Urzeit Koloss Ist Nicht Gut Für Das Deck Erstens Er Ist Viel Zu Teuer Er Ist Wirklich Viel Zu Teuer Ähm Und Man Spielt Ja Dieses Deck Nicht Unbedingt Auf So Viele Länder Man Spielt Ja Eigentlich Nur 3 3 Länder So Und Deswegen Verstehe Ich Das Jetzt Gerade Absolut Nicht Was Er Da Gemacht Hat Warum Er Den Überhaupt Im Deck Hat Aber Okay Das Ist Ja Jedem Selbst Überlassen Du Spielst Kein Spotter In Dem Deck Das Heißt Ich Zieh Dir Sowieso Dahin Und Greif Dir Dann Den Koloss An Der Spielt Echt Nen Spotter Der Spielt Ne Holz Elementar Willst Du Mich Verarschen Ja Okay Gut Da kann Ich Nichts Gegen Machen Da Kann Ich Gar Nichts Gegen Machen Vor allem Er Gib mir Jetzt Auch Vor Was Ich Zu Tun Habe Es Gibt Nichts Was Du Jetzt Dazwischen Schmeißen Kannst Habe Ich Mal Überlegt Ja Ist Aber Im Ende Effekt Nicht So Das Ware Zack So Da Den Muss Ich Ihm Nehmen Da Habe Ich Gar Keine Andere Wahl Gut Dann Machen Wir Das Dann Nehmen Wir Den Schnappen Uns Den Und Einfach Um Den Druck Jetzt Noch Weiter Zu Erhöhlen Erhöhlen Spielen Wir Den Noch Daneben Ja Also Das War Eine Schöne Runde Aber Die Hast Du Jetzt Verloren Also Gerade Jetzt Hast Du Verloren Ich Ich Glaube Nicht Dass Es Irgendwo Noch Was Gibt Was Ich Verstärken Könnte Ne Brauche Nicht Ich Glaube Nicht Dass Er Noch Was Hat Ich Kann Es Mir Nicht Vorstellen Also Er Wird Jetzt Nach Unten Den Züchter Nehmen Den Killt Er Ist Auch Vollkommen In Ordnung Dass Er Den Weghaut Dadurch Habe Ich Aber Die Möglichkeit Mein Sensen Mann Zu Behalten Den Hier Den Todeswandler Und Kann Jetzt Den Scheitern Darunter Ziehen Ihn Damit Angreifen Dann Ist Vorbei Ja Natur Natur Gewalt Okay Hätte Ich Nicht Erwartet Dass Er Die Spielt Okay Also Gehen Wir Gehen Wir Mal Zurück So Das Ist Sowieso Jetzt Schon Eins Der Videos Die Super Lange Gedauert Haben Deswegen Kann Ich Das Auch Noch Ein Bisschen Länger Ziehen Das Ist Ja Mein Sacrifice Deck Und Mit Abstand Das Teuerste Der Seelenfresser Was Ich Jedem Sacrifice Spieler Raten Möchte Ab Hier Ist Schluss Also Moment Hier Alles Was Da Drüber Ist Von Den Kosten Her Ist Zu Teuer Ja Es Gibt So Das Eine Oder Andere Hier Stimme Des Hungers Ihr Kann Ganz Cool Kommen Man Opfert Halt Gerne In Deck Seine Viecher Aber Das Problem Ist Ganz Einfach Ich Ich Habe Nicht Einmal Bodenkunde Gezogen Ich Spiel So Auch Mal Das Problem Ist Einfach Sie Ist Zu Teuer Ich Bin Nur Bei 2,8 Das Hat Man Auch Am Ende Gesehen Ich Habe Gar Nicht Mal Aus Verehrer Geachtet Weil Ich Sowieso Alles Hätte Spielen Können Von Hand Ja Es Gibt Durchaus Die Sachen Die Cool Wäre Tarum Bestes Beispiel Wäre Wenn Ich Ein Absolut Auf Grün Basierendes Sacrifice Deck Spiel Möchte Wo Ich Dann Nur Drei Wüsten Brauche Wäre Das Super Cool Wäre Echt Genial Aber Dafür Habe Ich Einfach Nicht Die Die Verehrer Um Das Überhaupt Irgendwie Zu Realisieren Deswegen Absoluter Blödsinn Krankenwahl Könnte Man Noch Überlegen So Was Reinzunehmen Aber Das Ist Was Günstiges Aber Eigentlich Man Opfert Ja Kreaturen Nicht Strukturen Strukturen Gelten Nicht Als Kreaturen Und Dementsprechend Triggert So Was Wie Der Seelenfresser Nicht Man Kann Zum Beispiel Auch Nicht Mit Dem Mond Sich Das Weg Opfern Deswegen Nicht Alles Was Letzte Worte Hat Funktioniert In diesem Deck Das Ist Nochmal So Das Fand Ich So Ne Das Ist Er Nicht Oder Ne Das Ist Er Nicht Den 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 Hier Mönch Der Oradrim Fand Ich Auch Passt Einfach Nicht Dann Spielt Man Gelb Rush Also Wenn er So spielen Möchte Dann Sollte Er Gelb Rush Spielen Er Hatte Auch Einmal Die Möglichkeit Mir Direkt Neben Die Sphäre Ein Gelb Feld Zu Setzen Wo er Das Eigentlich Vertan Hat Weil Ich Glaub Oben Links Hatte Er In dem Zug Schon Zwei Zwei Gesetzt Die Eigentlich Total Bullshit Waren So Deswegen Da Hätte Ich An seiner Stelle Eher Mönch Gespielt Runter Gerannt Und Hätte Da Ein Gelb Feld Hingesetzt Egal Ganz Wichtig In dem Deck Windsoldat Ist Glaube Ich Somit Eine Der Aller 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 Wichtigsten Karten Im ganzen Deck Im Wirklich Kompletten Deck Warte So Ich Ganz Einfach Aus Dem Gründe Weil Er Genau Das Macht Was Das Deck Möchte Er Ist Kurz Da Geift An Feierabend So Auch Hier Wieder Bis Hier Runter Zum Windsoldaten Danach Ist Feierabend Danach Kommt Nichts Was Die Verirgerkosten Mehr Rechtfertigt Das Hier Fand Ich Komplett Merkwürdig Das Ist Eigentlich Für Mönch Der Uradrim Passt Er Hat Da Wirklich So Ein Gap Rush Kombiniert Mit Sacrifice Gespielt Was Nicht Funktioniert Man Muss Sich Auf Eins Konzentrieren So Todeswander Ist Auch So Eine Karte Die Ich Glaube Mal Teurer War Inzwischen Ist Er Nicht Mehr So Teuer Deswegen Ist Auch Zweimal Drin Und Nicht Nur Einmal Drin Aber Hier Unten Gibt Es Nichts Aber Auch Gar Nichts Was Rechtfertig Zu Sagen Hey Ich Möchte Aber Vier Verehrer Oder Fünfer Verehrer Dafür Zahlen Und Dementsprechend Nein Macht Nix Kalim Wird er Wahrscheinlich Auch Gespielt Haben Wenn er Wenn er Schon So Hard Auf Push Gespielt Hat Hat er Garantiert Auch Kalim Gespielt Was Ich Blödsinn Finde Kalim Wäre Noch Größerer Blödsinn Fast Schwierig Also Sacrifice Deck Ist Man Muss Wissen Wann Gehe Ich Rein Wann Bleib Ich Draußen Movement Mit der Knochensammlerin Ist Ganz 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 Wichtig Ich weiß Gar nicht Hatte er Eine Oder Hatte er Keine Ich glaube Er hatte Keine Eine Der geilsten Karten Auf jeden Fall Im Sacrifice Deck Wenn man Grün Gelb Spielt Und das Auf Sacrifice Ebene Dann Auf jeden Fall Die Knochensammlerin Die Ist So Geil In diesem Deck Weil Es geht Ständig Irgendwo Was Kaputt Auf dem Feld Und Gerade Wenn ihr Gegen Low Decks Spielt Die So Was Wie Den Dorf Ältesten Halt Diese 1 1 Viecher Haben Könnt Ihr Damit Super Einfach Einfach Ein Rennen Nur Rein Rennen Hier Deswegen Habe Ich Mich So Gefreut Der Einsiedler Des Eldarwaldes Rennt Rein Mit der Knochensammlerin Sie Verliert Ein Lehm Kriegt Ein Lehm Und Einen Angriff Dazu Das Heißt Ihr Macht Plus Eins Im Angriff So Fanatica Ist Für Mich Eigentlich So Eine Karte Die Wenige Leute Inzwischen Im Sacrifice Deck Spielen Finde Ich Irgendwie Traurig Weil Der Fanatica Ist So Eine Geniale Karte Lässt Einfach Manche Moves Zu Die Sonst Nicht Gehen Würden Deswegen Fanatica Ist So ein Ding Sollte Man Öfter Darüber Nachdenken Den Rein Zunehmen Gerade So Was Mit Der Knochensammlerin Hey Ich Schiebe Die Mal Eben Dahin Und Kann Dann Damit Entweder Angreifen Oder Kann Dann Das Nochmal Weck Opfern Keine Ahnung So ein Einsiedler Schiebe Ich Da Die Knochensammlerin Eben Nehmen Mache Ich Den Dämonen Züchter Und Dann Kriege Die Knochensammlerin Nochmal Einen Push Irgendwie Sowas Also Ich Bin Einfach Fan Davon Ist Aber Wenn es Nicht Sein Muss Oder Wenn Ihr Es Nicht Mögt Nehmt Raus Genauso Wie Bodenkunde Bodenkunde Ist So ein Platzhalter Im Endeffekt Weil Ich Hab Irgendwann Mal Gesagt Wenn Ich Grün Im Deck Habe Dann Warum Denn Keine Bodenkunde Spielen Gerade In Multifarbendecks Das Ist Einfach Praktisch So Aber Das Ist Auch So Eine Sache Muss Das Deck Hat Auf Jedenfall Gezeigt Er Er Hat Ein Bisschen Ahnung Aber Das Problem War Einfach Zu Viele Karten Die Da Nicht Reingehören Die Wirklich Nicht Reingehören Weil Im Endeffekt Was Mich Am Meisten Schockiert Hat War Wirklich Der Hier Der Schockiert Mich Wirklich Am Meisten Weil Man Müsste Zehn Farbige Felder Setzen Vor allem In seinem Spielstil Wo er Ja Ich glaube Erst In der Vierten Runde Oder So Gezeigt Hat Hey Ich habe Aber auch Gelb Im deck Mit Sein Ersten Gelb Feld Oder War Die dritte Runde Ich weiß Es Gar Nicht Dass So Wenig Farbige Länder Gesetzt Wurden Und Das Ist Ein Deck Was Eigentlich Im Mid Game Kommt Und Nicht Im Late Game Klar Natürlich Der Seelenfresser Schneller Das Heißt Ihr Müsst Damit Auch Eher Auf Die Mitte Zielen Und Nicht Auf Nicht Aufs Endgame Deswegen Ist der Urzeitkoloss Total Schwachsinn Und Selbst Wenn Ihr Die Zehnfelder Habt Dann Kostet Er Immer Noch Sechs Und Das Ist Er Nicht Wert Weil In Dem Deck Wird So Oft So Viel Weg Geopfert Und Leider Gottes Ist Es Heute Halt So Dass Wir So Schwachsinn Wie Die Roten Controls Haben Die Dann Sagen Mir Oder Egal Das Burn Ich Dir Schon Weg Die Blauen Die Dann Einfach Sagen Ja Weißt Was Dann Gibt Es Da Eine Schöne Karte Die Nennst Sich Verforschen Und Dann Hast Du Dann Zwei Zwei Frosch Sitzen Und Gibt Es Ja Ich Fand Es Nicht Gut Sagen wir es So Ich fand Es Nicht Gut Wie gesagt Jeder Muss Es Selber Für Sich Wissen Aber Wenn Sacrifice Dann Eigentlich Auf Günstig Schnell Land Aufbauen Möglichst Viel Weg Opfern Möglichst Viele Vorteile Ziehen Und Dann Nach Hinten Raus Seelenfresser Einfach Durch Pushen Oder Halt Die Knochensammlerin Soweit Hochziehen Dass Die Einfach Mega Brutal Ist Und Dem Gegner Hiermit Den Beiden Einfach Nur Auf den Sack Gehen Und Die Gehen Wirklich Auf den Sack Ihr Habt Gesehen Wie Viel Ich Nachher Dafür Gezahlt Habe Um Einen Von Seinen Scheitern Weg zu Kriegen Gut Leute Wenn es euch Gefallen Hat Liked Da